Ja, moin moin, herzlich willkommen, Freunde des gepflegten Ballsports. Vor einigen Monaten ist ja DAZN rausgekommen als neuer Sport-Streaming-Dienst und hat damit geworben, dass er viele verschiedene Sportarten anbietet und das für 10 Euro im Monat. Und vor, ja, ich weiß nicht, wie lange das jetzt her ist, 3 Monate oder so, da habe ich damals dazu ein Video gemacht und das hat jetzt auch vor ein paar Wochen die 10.000 Views geknackt und ich habe euch ja versprochen, dass ich zu dem Part Basketball nochmal ein bisschen was erzählen werde, wenn die Basketball-Saison losgeht. Und da die Basketball-Saison jetzt vor einigen Tagen begonnen hat, habe ich mir nochmal DAZN angeschaut, wie schaut denn jetzt Basketball auf DAZN aus und lohnt es sich für 10 Euro im Monat DAZN nur für die NBA zu abonnieren. Ja, und das schauen wir uns jetzt einfach nochmal an. Hier seht ihr wieder das Login-Fenster. Man sieht auch schon hier unten ein Highlight, die Warriors und hier steht auch schon das nächste Spiel, Bulls gegen Nix. Und wir gehen jetzt einfach mal direkt in den Basketball-Bereich und klicken auf den kleinen Dirk drauf. Und es ist das gewohnte Bild, es hat sich am Design noch nicht viel verändert. Man sieht wieder die Highlights, die Spiele, die man nochmal live in der Wiederholung sehen kann. Und hier sind schon echt einige Spiele dabei aus allen möglichen Ligen, nicht nur NBA, sondern auch irgendwie, keine Ahnung, was ist dabei türkische Liga und spanische Liga, italienische Liga, deutsche Liga. Hier sind auch noch so ein paar Features, die NBA Top Ten Dunks, die NBA Finals Rückblick. Und das Wichtigste ist, die NBA ist dabei. Jetzt habe ich mir das mal in Ruhe angeschaut und habe geguckt und dachte so, ja okay, jeden Abend sind ja so, keine Ahnung, immer so 5 Spiele oder so. Und wenn man sich mal anschaut, wie viele Spiele überträgt jetzt eigentlich DAZN? Man sieht hier, die übertragen jeden Tag ein Spiel. Also heute die Bulls gegen Knicks, morgen Sunday gegen Timberwolves, Sonntag die Knicks gegen Jazz, zwischendurch noch ein paar Ligen, die mich nicht so interessieren. Hier mein kleines Highlight aus Europa, Barcelona gegen Madrid. Dann kommen wieder Sonntag die Grizzlies gegen Trailblazers, Dienstag die Warriors gegen Pelicans. Man sieht auch hier, dass die Fraport Skyliners dabei sind, also auch deutsche Liga. Aber es wird da deutlich, es ist nur ein Spiel pro Tag ungefähr zu sehen. Und dann habe ich mir gedacht, wo sind eigentlich meine Lakers? Weil das ist ja das, was mich eigentlich am meisten interessiert. Weil ich will nicht nachts so lange aufbleiben und möchte eigentlich alle Spiele live mal so ein bisschen nachgucken. Und hier sehe ich, die Saison ist jetzt so weit, dass fünf Spiele rum sind und die Lakers haben vier oder fünf Spiele gemacht. Und ich kann nur ein Spiel im Real Life sehen und mir nicht mal die Highlights von den anderen Spielen ansehen. Und das ist eigentlich dann auch gleichzeitig mein Fazit. Ich kann nämlich nur ein Spiel der letzten fünf von den Lakers von meinem Blinksteam sehen. Und wenn man jetzt einfach nur das Interesse hat, man möchte irgendwelche Ligaspiele abends mal sehen, dann lohnt es sich natürlich, weil man wirklich jeden Abend eins sehen kann. Und im Real Life sich auch mal ab und zu welche anschauen kann. Aber wenn man wirklich ein Team verfolgt, wie ich jetzt, dann lohnt sich das einfach nicht. Und da sind auch zehn Euro für mich halt auch zu viel im Monat. Ich dachte, man kann damit vielleicht den Leakpass ersetzen und wenigstens die Highlights oder so sehen. Aber das funktioniert leider nicht. Und damit muss ich leider sagen, dass sich The Zone als Basketball-Fan eines Teams auf jeden Fall nicht lohnt. Ja, das war eigentlich auch schon mein Fazit. Relativ kurz. Wenn ihr nochmal das ausführliche The Zone-Video schauen wollt, dann seht ihr gleich nochmal den Link dazu. Und schaut doch auch mal auf meinem Blog vorbei. Ich habe einen kleinen Basketball-Blog, felix9in1.de und ja. Ich hoffe, wir sehen bzw. hören uns nochmal wieder.